Vielen Dank. Als nächstes kommen wir bis heute zur Wings, also Flügel genannt werden. Eine Arla war in der Regel 500 Mann stark, wobei das die Sollstärke war. Zu jedem Reiter, eventuell aber auch nur zu jeweils vier, war ein Kalo, ein Pferdeburscher zu Kanzlerin. Eine effiziente Reiterei, sondern auch eine elaborierte Eisentechnologie vermittelt haben. Von zivilen Errungenschaften wie dem Fuhrwesen, Landwirtschaftsmaschinen, Einsatz von Düngemitteln, Amagans abgesehen. Ansonsten auch bei Pierre die übliche Ausstattung mit Schild und Lanze. Ja, Mené. Kein Quatsch. Kein Quatsch. Kein Knospen. Kein Knospen. Kein Knospen. Kein Knospen. Die Nachahmer von denen, die hier auch viel aussehen, auch nicht zu tun. Wenn man hier den Minister extra, also finde ich recht. Aber da weiß ich nicht so ganz genau, wie auch ein Verständnis der Anlagen. Sie damit kämpften. Applaus 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 Stopp! 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 ito Stopp! Stopp! Ehe! Jetzt leckere ich meinen defol62 Ehe, dass das ein bisschen einsam ist Was ist das? Sind die Küche? Ist ich ... Nein, aber nicht. Nein. So gut. Fahr hinauf mir nicht. Ich hab's gott's gemacht wieder. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.